Umgedreht ist es unsere Verantwortung, wirklich ständig zu überprüfen und jede Nische zu suchen, wo wir wieder mehr Freiheitsgrade einfach zulassen können. Das wird uns jetzt über die Osterfeiertage bei dem Erarbeiten der Strategie für die Zeit ab dem 20. April auch nochmal sehr beschäftigen, dass wir wirklich maßvoll, aber alles, was möglich ist, auch immer möglich machen. Und dass die Bevölkerung jetzt in den letzten drei Wochen so toll mitgemacht hat, das macht mir jedenfalls richtig Mut. Und die paar, die wir immer auf den Plätzen haben, die das ja doch nicht dran halten, die können das auch nicht kaputt machen. Ich glaube, dass wir jetzt so gut dastehen, hängt damit zusammen, dass wir wirklich eine Gesellschaft sind, die zusammensteht und die viel mehr Gemeinsinn hat, als man das manchmal im politischen Alltag so merkt.